ruf ich aus ich kleiste mir jetzt mein ganzes inventar voller rüstung er mann nicht so viel wenn du stirbst dann ist alles weg so jetzt ist mein ganz inventar voller rüstung ja mach nicht so viel und wenn du stirbst ist alles weg deswegen musst du mir noch mal helfen wie ist noch mal der erfinder der markus personen war das doch das ist nicht ein schweder ich weiß es gar nicht genau weiß es auch nicht so der rocketeen ist es der erfinder von der sie war meine hau meine haare sind abgefackelt war ja juba wollte mich doch alles komplett verarschen oder ist die ganze rüstung weg ist jetzt die ganze rüstung weg ja 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 das war super ich bin mir nicht mehr als kaputt nr und neid das nie nr ja das war super oder nr genug der woche achte es ja bei einem netzplayer an der ich mir das passt an die das kann ich ja noch gar nicht sagen das ist ein weil er ist ein dass das genug der wunderschönen oder zwei sind ein bisschen was zuerst kommt an die Garnier mit tief die Menschen ja stimmt die kommt ja morgen schon die ersten Folgen von heute ja stimmt er kommt die Klinik die BDF nicht mehr deswegen darf ich ja noch gar nichts sagen stimmt stimmt ich mich hätte nur der fast versprochen ja aber es ist kompliziert gewesen mit den verschiedenen Projekten man die laufen und so ja wo wirklich war es ist immer so umgewehrt noch kugelte wort kommt jetzt nirgendwo so nahm es jetzt aber aus ganz rechts aber ich weiß ich lasse mich jetzt erst mal volle kann aufhalten damit ich das jetzt auch schaffen alter er hat sein ich habe mich irgendwie festgehangen welche bett man im vormissens 8 war es jetzt ja mal was man auch so was ich noch ok durch jetzt durch mein helm ist kann man helfen jetzt da brauchen jetzt bin ich nur ein helm von dir haben willst du dir nicht einholen das gar kein helm auf meiner meiner ist es auch kaputt warte mal ach so stimmt wir sind ja auch du musst ja auch nicht alle gehen alter wie woher soll ich das wissen das nie alter das ist das weiß ich nie nee wir sterben auf jeden fall jetzt wir stellen jetzt auf jeden fall wieso ja wieviel pistens pistens konntest du bis jetzt sehen pistens ja pistens das weiß ich doch jetzt nicht immer noch helm ja hier warte mal ich gebe dir ne komplette rüstung oh yeah ne komplette rüstung also ich mach mir auch nochmal komplett neu ey das ist wenn das jetzt ach gott wenn das jetzt wirklich wie gestern die aufnahme wäre ja die letzten folgen aber das ist ja ewig her wo soll ich das jetzt noch wissen 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 wieviel pistens waren jetzt ich würde sagen grüne mitte war das was ich noch nicht durchgehen nee war falsch ich würde eigentlich sagen ja wenn wir schon gehen denn stellen wir wenigsten beide also dann machen wir wenigsten so jeder geht irgendwo rein ich gehe heute siebsten jetzt nein ja siebsten stimmt 17 stimmt ja okay warten wir erst mal wieder eine rüstung also zimmer lebe ich das nicht stimmt so also es ist vorbei jetzt was ist übrigens vorbei ja na gut dann muss ich das jetzt ja bloß noch überlegen und dann hat sich die sache das ist ja schon das gehen wir schon das genau der vorgibt ist muss ich mal ins bett normalen nacht hier ist noch oder doch ich stehe auf die drauf ja was ihr habt nichts zu sehen zeit für ein paar spiele 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 was man zuerst wird sondern oder was gibt es den wetzern waren angelekt schon das ist schön schön allerdings ne äh ja ja hier andere alter alter alteration an literation an literation an literationen bogen sich zum nächsten raum das nicht mehr aber die ersten das ist eine schöne alteration an und schenke schon uns wo er ist dann man dort hat es dann waren aber ich kann zurück gut du brauchst ich kann sie denen denn du brauchst Hilfe auszeichen in den richtigen wo ich jetzt den richtigen Weg Wotterfark steht es ja irgendwo in Zippe oder so hier kann man doch einfach lang laufen oder wo ist denn der Jungs wo ist denn der Jungs ich bin hier gerade lang gelaufen hier rüber ach so was denn da ähm wir sind Diablöcke und eine Kiste oh drei drei golde Nubig 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 neiiiiiiiin bist du gestorben ja ich hab drei gold Nuggets gefunden muss sie hier hin mit sein ja so ach das ist ja hier ist der Weg ach so okay 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 da wollte ich schon sagen ok den Weg muss man das merken oh Gott nee das ist ja nicht mein Ding also einmal drei dann halt zur Seite zwei wo starten wir denn überhaupt denn also hier war man der Raum ist so exakt gleich breit hoffe ich nochmal ja also also der zweite von links ja ja den dreien nach vorne du wims wims geh du doch einfach auf diese Trittbretter und ich sag dir das okay na gut wenn du meinst das ist doch super oder pfff achtsa okay ich nuhe hier gar nicht so rum das ist voll drauf ey das ist voll drauf ey so 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 der zweite von links ja genau da stellt sich jetzt mal auf die erste Druckplatte ich bin schon weiter ich bin schon bei dem nach der Kurve je nach der Kurve je nach der Kurve ich wusste weiter gelaufen stell dich mal bitte nochmal auf die auf die erste Platte in die erste ja so jetzt gehst du eins zwei Blöcke nach vorne ja dann zwei nach rechts ja dann ein wieder nach rechts also im Prinzip zurück zurück ja dann drehst du dich um 90 Grad nach links gehst zwei nach vorne nach links ja hm zwei ja zwei 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 und so dann drehst du dich wieder um 90 Grad nach links und gehst drei nach vorne eins zwei drei so ja dann wieder 90 Grad nach links jup und wie viel und gehst vier nach vorne eins zwei drei vier jup 90 Grad nach rechts jup und gehst zwei nach vorne ne ich spring immer nicht was ja wieder 90 Grad nach rechts wieder zwei nach vorne und zwei ja 90 Grad nach links und zwei nach vorne ja ok jetzt ich habe einen Hebel hier drin ah cool oh ne das verrägte ich auch mal rückfisch ach nee ich muss ja gar nicht mehr darüber künktchen äh tipplicht an richtig aber es ist falsch ok das war eine Teamarbeit boah was drin gefallen axelungs axelungs oh Gott ich bin reingefallen damit haben wir drei drei Goldnuggets verloren ne ähm ja das stimmt ich habe ein Hebel dabei und ich weiß ja dann nicht ob wir noch mal sterben können hier ich geh mal an an action mal wo ist der schöne Alliteration oh so Angeljumping äh wieso ist denn noch in der Decke ähm ähm naja in diesem Raum ist es ja erlaubt zu craften ist es ja aber nichts kam zu schlagen oder das hört man nicht auch hier ist es Kohle Angel Pflastersteig neu da wäre keine Ahnung was wir damit machen sollen ich auch nicht was machst du da unten ich weiß keine Ahnung ich angle gerade mal kann man die Fische angeln oder was weiß nicht was das soll ich kann mir was machen wir in den Fischen ach wir sollen die brennen oder was achso achso warte mal ne achso ok weiß nicht oder du weißt was du machen musst ja 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 wir müssen jetzt hier äh 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 den 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 stein verkaufen hier zum Ofen verstehst du ja ja den Ofen setzen wir jetzt hier rein dann machen wir da den Fisch rein machen die Kohle und ich weiß nicht ob ein Fisch reicht ich mach mal immer noch einen zweiten Fisch ach das Angeleben das ist was schöne das ist was schöne ach das ist was schöne zeigt ihr naja ich weiß gar nicht an jetzt zu spät wenn ich was ich meine wacke der so so geht es bei mir nicht das angeln ja das wird schön das ist super aber macht das Ding hier in der Luft bei mir ist das Ding in der Luft bei mir ist es unter Wasser ja wie packt das hier so ein bisschen ich glaube der Teich ist nicht so schön zu machen okay zum angeln bitte keine Fische egal ich ob ein Fisch reicht so machen wir an jetzt hier den Ofen ja sag mal wenn sonst ja das deutschland trotzdem weiter auch wenn der stimmt wir brauchen nur einen Fisch das sind wenn er jetzt der Fisch das gebraten ist was ich mir jetzt so schön snacken hier den Fisch Juhu Fisch äh der Ofen möchte weiter guck mal jetzt ist doch wir sind auch Bobbys ey du bist ein Bobby na gut na gut das war's angehen wir wegpacken will ich nicht mitnehmen ich auch nicht so es war eine schöne angezündung wieso nicht dadurch nachdem zum nächsten Raum Bogenschießen 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 ist an der Reihe äh sehr gut ey meine jawoll wir müssen mal gucken weil wir hinschießen wollen das müssen wir nicht machen man hat schon mal nicht aber wir müssen wir müssen die Bilder ausknipsen bin voll der Meisterschütze hier äh ja voll drauf ich werde keine Ahnung hier ist auch nur das ist gerade schon aufgegangen ich habe mich wundert was sie für die Pistens geschoben sind naja gut gut ich will es nicht in Frage stellen komm mit ich habe mich hier willkommen so und jetzt nur noch ein Schildern auch ein bisschen schützen laufen mit dir wer will sie immer mal mit dir schlitzen laufen oh oh wir können das schon laufen uh wo 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 wozu brauchen wir die oh 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 ja ich hab' ich nicht guck mir die an ich bin ja kürz guck mal hier ich bin ein ich bin ein ich bin ein wischerskelett aber wir haben ja bei dir ist doch weil du mit der komischen dreckskapición rum hängst was meine 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 muss die werden so ein rutschen und meiner ist schon geschafft und packen aber ich war schon über also sind sinnvoll die mitzunehmen meine was wir zwei hebe ja sehr gut wir haben schon mal einen anscheinend so ein habe ich mal verwendet so dass genau richtig rum gemacht das war allerdings angefangen und nach rechts gegangen weil wir noch sterben können das wäre nicht so cool geworden auf jeden fall so und der letzte so jetzt sollten wir eigentlich durchkommen ich habe noch ein ich habe noch ein das schlafen liegt ist einfach mal mein mein bogen und feine und ich bin auch dabei auch immer schlafen bitte ich habe verloren ich habe leider keinen gehabt da macht er gar nichts jetzt mache jetzt mal ich habe der mensch kriegt man ich bin ja gesprungen mal ein Junge was los ich schwöre dir wenn ich nicht schaue fack du hast es einfach mal gar nicht aufwürdig zu kommen quatsch mir nicht voll mit den da mann lässt die ein schön großer zum Anfang haben wir gar nicht gelesen wer lässt winden schon sagen ich habe mal eh kacke